Okay, das Bett... Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich muss das komplette Bett hier abbauen. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich niemals im Leben. Warte, ich kann vielleicht gleich rüberkommen zu Blau, wenn du noch ein bisschen durchgängst. Oh, warte, nee, nee, warte, 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 warte. Nein! Nein! Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Bad Wars. Heute mit Delay, Kedos und Sgt. Max und mit dabei auch noch der Bruder von Sgt. Max, den man aber leider nicht hört. Hallo! Hallo! Wieso stand da gerade im Chat, was denkt der Kedos eigentlich, wer er ist? Habe ich direkt durchs Joint-Joint. Warum macht er das? Das kann er nicht, das geht nicht. Das ist immer eine berichtete Frage hier. Wir haben heute eine ziemlich fette Challenge, die nach einer Menge Spaß aber auch viel Frust klingt. Und zwar kommt die von Noxay und er schreibt die Indiana Jones Archäologen Challenge. Du musst dein Fund, also das Bett, erst freilegen, bevor es in einem Museum ausgestellt werden darf. Das heißt, dass du erst die gesamte Sicherung des Bettes abbauen musst. Viel Spaß dabei! Und ja, das probieren wir jetzt und dafür spielen wir auf der Map Old World, die glaube ich meiner Meinung nach am ehesten zum Szenario passt. Geilu! Tatsächlich! Einer von euch holt sich bitte nochmal Blöcke und baut sich schonmal zu einer Eiseninsel rüber. Ich bin schon direkt hier bei dir. Das ist schon dabei, leider ist schon dabei. Braucht ihr, braucht ihr noch Blöcke? Ich habe auch noch Blöcke hier am Start. Komm, wir wollen direkt bei der ersten. Ja, löst mich mal ab, löst mich mal ab. Ich komme nicht in die Mitte. Ich komme nicht in die Mitte, löst mich ab, löst mich ab. Ja, Leute, ich löst mich ab, löst mich ab. Mach dich direkt arbeitslos. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Braucht dich am Ende ein Stück hoch. Wollen wir nicht mal einstimmen, einstimmen hier? Ach doch. Es ist immer so schön, wenn YouTuber über Teamspeak oder Skype singen. Richtig. Perfekt abgemischt, kann man sagen, wie im Tonstudio klingt das. Ja, das stimmt. Könnte man direkt auf Platte und weg. Okay, Delay, pass auf. Okay, halt das, du machst das, Alter, du machst das. Ich versuch jetzt direkt. Ach ja, ich mach das ich hab ein Gold jetzt. Ich versuch's direkt bei Gabe, weil die penne mich gerade. Ja der war nichts des Problems. Warst du schon durch, Gaggy? Warst du schon fertig? So, der equippt sich. Oh Gott der hat sich auch mächtig gecupt. Like a Boss. Mächtig, er ist mächtig. Der hat sich gerade den Heiligen herlgeschnackt. Ja, das wäre natürlich ziemlich geil. In Holy Grail. Also, sag ich mal. Oh Mann, ich bin da gerade bei Blau drin gewesen und bin fünf Stunden im Kreis gelaufen, aber leider auch nicht mehr. Du musst jetzt gerade die Bundeslade da einbuddeln jetzt. Die Bundeslade. Buddel die mal ein. So. Wird erledigt. Mach hier nochmal schnell Rüstung. Aber ich hab das Bett, das muss ich ja noch ins Museum bringen. Wo ist denn das Museum eigentlich? Das war übrigens das Schöne bei Rush immer, da konnte man das Bett des Gegners abbauen. Und wenn der Gegner einen dann noch getötet hat, dann konnte er sich das Bett wieder snacken. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ich müsste mal wieder Rush spielen, glaube ich. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das ist cool, dass wir uns woanders hinlegen kommen. Ja, genau. Mir ist auch gerade aufgefallen. Warte, warte, warte. Warte. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal Rush sehen wollt hier. So, Kedos, jetzt du. Ich hätte fast die Challenge missachtet. Ich hätte fast das Bett, fast ohne das komplett auszugraben. Also, Achtung, Blau kommt. Blau kommt. Ja, okay. Da muss ich mich nicht wundern, wenn gleich alles... Aber ich bin mal Blau durch. Ich bin mal Blau durch. Okay, das Bett. Das schaffe ich nicht. Ich muss das komplette Bett hier abbauen. Oh, das schaffe ich niemals im Leben. Warte, ich kann vielleicht gleich rüberkommen zu Blau, wenn du noch ein bisschen durchlässt. Warte, 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 warte. Nein! Nein! Ich hab... Oh, warte mal. Hier in der Kiste sind noch Rüstungsteile. Oh, Alter, Alter. Nein, nein, nein. Wie sie alle auf mich raufgehen. Vier Blöcke oder fünf Blöcke haben gefehlt. Blau bist du tot jetzt. Das ist natürlich auch eine Challenge. Wird ja richtig nervig, wenn die erst mit härteren Blöcken zubauen. Weil wir müssen das eigentlich so schnell wie möglich regeln. Ja, eben. Ansonsten sind wir da echt Ewigkeiten dran. Okay, einer müsste jetzt... Max, bleib du bei Grün. Du bleibst bei uns in der Base. Nicht, dass sie jetzt gleich kommen. Da kommt nämlich gerade ein Roter. Boah, die bauen hier gerade... Ja, genau. Ja, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin bei Blau. Ja, ich bin direkt hinter dir. Der Rot ist gekickt, alles gut? Ich töte die hier und du musst dann graben. Ja, ja, ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich hab eine Spitzhacke, aber alles gut. Aber die haben natürlich alles schon eingebaut. Ja, ja, pass auf. Okay, mach, 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 mach. Oh, da ist einer. Hol ihn dir, hol ihn dir, irgendwie. Ja, der ist down. Okay, okay, sehr gut. Da geht der down. Da geht der down. Oh nein, ey, da kam einer wieder mit dem Schwert. Oh, Pergi, Pergi, du bist aber ein bisschen tot jetzt gerade. Wir brauchen ein Gold, oder ich mach jetzt hier raus, die Spitzhacke. Fuck, ich bin auch tot. Okay, ey, das ist richtig schwer. Nee, du kommst jetzt mit. Ich brauch jetzt zwei Leute, die mitkommen. Oh, in der Mitte, in der Mitte Blau kommt. Blau kommt. Aber dann nehm ich, warte, dann lege ich mal unseren Bogen weg. Ich hab nämlich einen Bogen gemacht, dann lege ich den mal weg, ne? Ja, okay, Achtung, Blau ist gekickt, alles gut. Okay, komm, komm, komm. Ich bin nicht starkgequipt, ich renne einfach mal mit. Wer kommt mit? Sehr gut, okay. Ich bin drei Meilen hinter dir, aber zumindest drei, wo bist denn du genau? Der Rot ist jetzt auch hier, ich versuch's nochmal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Nein, ich bin sofort runter, okay. Okay, warte, 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 ich komm hinten nach, ist mir alles egal. Ich glaub, wenn wir weiter singen, dann sind die Leute total genervt. Boah, Mann. Meinst du? Ne, ich. Kann auch noch durchziehen, Alter, ist noch nicht drauf. Okay, macht, ich hol mal schnell Eisen. Und dann mach bitte gute Rüstungen. Und dann kommt die noch mal, das bringt das glaub ich nichts. Winkert der Bogen hier in der Kiste? Den hab ich extra da reingelegt, damit er nicht bei meinem Tod verloren gegangen wäre. Du bist ein unglaublich smarter boi. Das ist ein Bogen, das Indies Peitsche, die da drin liegt. Das ist leider nicht das extra-pack mit drin, aber das Indies Peitsche. Okay, okay. Baggy, die ist dann für dich im Notfall, ne? Ja. So, ich hab jetzt hier vier Rüstungen in der Kiste, bedient euch bitte. Ich geh nochmal Eisen und mach nochmal Schwerter. Ja, und macht euch nochmal normale Rüstungen, bitte. Boah, wessen Bett ist weg? Blue? Okay, blau. Ja, das ist da, wo wir's die ganze Zeit probiert haben. Okay, wir müssen auch prinzipiell dann wirklich zu dritt losgehen, das ist immer ganz... Och, doch, einer kommt, rot kommt, rot kommt. Okay. Rot ist in der Base. Jaja, okay, ist der? Warte, ich bräuchte erstmal, hat irgendjemand Schwerter gemacht? Ja, ist runter, ist runter, ist runter, ist runter. Ja, mach ich, warte, mach ich, hab jetzt hier grad Eisen, mach ich. Okay, ich brauch jetzt zwei Leute, die mitkommen. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle, warum drei gegen blaue Husos? Die Schwerter sind in der Kiste. Super. Okay, wir müssen jetzt zu rot, seid ihr bereit? Ja, los. Okay, go. Ich bin ready to go. Geht mal vor, geht mal vor, geht mal vor. Wer bleibt denn, wer bleibt denn? Du holst jetzt den Bogen und schaust, dass du die Base gewahrst. Genau, hol die runter. Indies Peitsche, ich bitte dich. Genau, Indies Peitsche. Einfach rein, einfach rein, einfach rein, einfach rein. Vorsicht. Ja, ja, ja. Der ist weg. Wo ist er, wo ist er? Okay, der ist weg. Geh rein. Genau, Kilos, hol die weg da. Ich probier's zumindest irgendwie. Oh, ich hab sogar Treffer gelandet, ey. Krass. Okay, wir müssen uns hier oben. Wir müssen uns hier oben. Leute, ihr braucht Blöcke, um euch hier oben zu bauen. Ja, 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 alles gut. Aber da ist noch einer vorne. Irgendwann schießt sie. Agajon! Agajon! Achtung, hier die blau, 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 blau. Dann lässt sich nicht so leicht drunter ballern. Oh Gott. Ich ragge jetzt auch schon, ich bin einer von euch Essen mitgenommen. Ja, hab ich hier, warte. Hier, hier. Okay. Ey, das ist nur noch das Bett jetzt. Hast du? Das kriegen wir hin, jetzt. Er kommt blau, blau, blau. Okay, ist runtergefallen. Ja, ist runtergefallen, alles gut. Ey, in die Skalche mit der Reichweite ist Traum. Hier, was mit dem Gelben hier, den können wir auch nicht noch, ja? Okay. Oh, Achtung, er kommt, er kommt, er kommt. Er hat jetzt hier was vor. Oh, und Agajon voll runtergehauen. Sauber, 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 sauber. Soll ich jetzt mal ein bisschen Gold hier zurückbringen? Schön. Max, komm du jetzt mit, komm du jetzt mit. Die haben natürlich heftig eingebaut jetzt. Ja, okay, dann komm gleich mit. Die haben richtig, die haben richtig schön eingebaut da. Warte, ich hau dir mal nochmal rein. Ey, bring das ganze Gold zurück, bring das ganze Gold zurück, ich hab ne Idee. Hab's zurückgebracht. Oh nein, Alter. Okay, ich bin tot. Oh, oh. Okay. Bin gleich wieder da, Bergy. Ja. Der hat nen Bogen, der hat nen Bogen. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Ich muss den töten, ich muss den irgendwie töten mit dem Bogen hier. Oh, nee. Dass er zumindest keinen Bogen mehr hat. Ja! Okay, Bogen haben sie nicht mehr. Bogen haben sie nicht mehr. Bogen haben sie nicht mehr. Ja, du musst... Kannst du frei... Ja, 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 warte, warte, warte. Okay, du musst jetzt deliveren, du musst jetzt deliveren. Hau ihn weg. Okay, du musst jetzt... Hier ist richtig viel zu bauen jetzt. Leute, hol so viel Gold wie möglich, falls wir uns gar nicht ne Gravitationsbombe holen müssen. Bau sie ein, sonst Delay. Bau sie ein. Okay, ich hab keine Blöcke mehr. Er hat mich, er hat mich. Nein! Nein! Wie hat er mich runtergeworfen? Ja, weil er gespawnt ist und uns runtergekickt hat. Nee, aber hinter mir war noch jemand. Das war nicht Agajon. Ah. Wie viel Gold haben wir? Ich bring grad acht Gold in die Basis. Okay, und wo ist das ganze andere Gold? Wer hat sich Hilfe aus Gold ausgebaut? Also ich hab mir einen Bogen gemacht. Du sagst mal einer das wurde. Nein! Ich hab doch gesagt, du spart das Gold. So, also acht Gold hab ich mal mitgebracht. Okay, warte, dann geh ich jetzt auch mal schnell los. Das ist ein ziemlich geiziger Indiana Jones, ne? Der hat das immer für die Archäologie und so gemacht. Und du? Was ist los? Ja, ich will jetzt... Ich muss... Nee, meins Max, ja. Klar. Ja, sicher. Ja, Max meine ich. Ich hol das ja. Mein Sergeant Jones. Ja. Okay, einen hab ich gekickt. So, warte, jetzt hab ich hier noch ne Ladung. Ich bring nochmal vier... Die vier Gold bring ich jetzt wieder rein. Alles normal. Wir dürfen... Wir dürfen die einfach keine Bögen mehr kriegen lassen. Ansonsten wär das echt zu schwierig, da irgendwas zu reißen. Ja, deswegen in der Mitte auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht... Dass sie nicht in die Mitte kommen. Ich hab jetzt nochmal vier Gold reingelegt. Okay, sehr gut. Drapes sind drin. Okay, wir brauchen noch sechs. Boah, die kommen in die Mitte, die kommen in die Mitte. Ja, okay. Oh, 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 nein! Vorsicht Filos, alter, der hat dich. Alter, der hat mich... Der kam aus nichts raus. Hau da oben, hau sie da oben mal weg sonst. Ja, warte, ich muss erstmal hier unten kurz gucken. Den roten da oben, der sich grad drüber baut. Komm, Max, das machst du? Ja, warte. Sauber, sauber. Nee, nee, nee. Er ist noch nicht gefallen, warte. Okay, ich versuch jetzt nochmal kurz zu oben liegen. Jetzt ist er runter erstmal. Okay, sauber. Aga, scheiße in der Mitte. Ja, nix los, das schaffst du eh nicht. Weil ich ihm jetzt kicken werde. Oh, alter, sauber. Alter Schwede. Das war aber ein Fehlschläger. Hat noch irgendeiner Gold in die Mitte gebracht? Nee, ne, warte ich jetzt kurz hier. Wir haben zwölf Gold in der Mitte. Okay, okay, wir brauchen noch. Wie viel brauchen noch? 18. 18 brauchen wir. Ich hole mal wieder was Eisen hier. Ja, ich hab grad Eisen geholt. Okay, warte. Max, gib mir das Gold. Du hast das Gold. Ja, hier, warte. Da. Okay, zwei brauchen wir noch. Habt ihr noch ne Spitzhacke, irgendwie sowas? Das ist alles in der Kiste. Okay, geilu. Okay, du kannst schon mal so ne kleine Treppe hochbauen, dass wir hier gleich direkt straight durchkommen. Ja, hab ich doch hier. Nochmal hier. Okay, sehr gut. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade der safeste Weg, aber es macht nix. Okay, 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 okay. Dann machen wir so. Das könnte jetzt nochmal gegen Ende kurz Spänen wählen. Oh, okay. Alles gut. Kedos, du hast alles im Griff, ne? Ja, ja, ich bin hier in der Base, ich pass auf alles auf, gar kein Problem. Sehr geil. Jetzt zwei Gold sind da? Alles klar. Okay, ich mach jetzt. Oh, da kommt, oh, hier ist einer von der Seite einer. Nee, gar nicht. Doch, der ist auf der rechten Insel ist der von uns. Hey, hier ist nix. Hier ist nix. Doch, auf der rechten Eiseninsel. Hey, ich hab doch alles unter Kontrolle. Weißt du, wenn du Indie bist, dann bin ich der Türsteher. Ja, genau das meine ich. Kedos. Ja, ja, ne ne ne, ich bin stramm dran. Okay. Ey, der will das Eisen holen. Ist er weg? Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich hab eh nix dabei. Okay, warte, warte, warte. Ja, ich glaub, der ist wirklich noch. Max hat ihn an der Kiste gebracht. Nee, der lebt noch, warte, 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 aber der haut ab, der haut ab. Okay, Leute. Der andere da oben baut sich richtig hart hoch, dann ist der abgelenkt, das ist ganz gut. Okay, Leute, wir müssen jetzt rüber, wir müssen jetzt rüber. Haben wir denn da noch ne Spitzhacke irgendwo drin? Unten an der Kiste. Kommt, 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 kommt. Soll ich wieder hinten bleiben, Chef? Nee, nee, du kannst vom jetzt auch mitbekommen. Okay, dann komm ich jetzt mal mit. Okay, hier ist es auf jeden Fall auf. Ich brauche auch noch, warte, ich muss noch bisschen was holen. Indy, warte mal ne Runde. Ey, wir müssen jetzt los. Warte, ne Runde. Ja, wollen wir den Gang zurückschalten, dann machen wir das hier, warte. Ding, 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 ding. So, habt ihr alles? Ja. Okay, dann let's go, Alter. Wer ist das hier? Anorme im Stabular. Krass, wo kommt Aaron her? Agajan hat hier voll gekämmt, Alter, der hätte uns eiskalt runtergehauen. Okay, wir müssen jetzt hoch. Wir können über die Eiseninsel, wo müssen wir jetzt hoch? Ja, egal, wir gehen jetzt hier. Komm, 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 komm mit. Geht vor, geht vor, geht vor, geht vor, geht vor. Ja, okay. Okay, sehr, sehr, sehr geil. Die Schafe, die Schafe, yo. Die Schafe, die Schafe, yo. Oh, da hab ich direkt runter. Oh, ne, 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 ne. Okay, alles klar. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Okay, die Schafe sind abgelenkt. Ach so, krass. Okay, weg da, weg da, weg da. Okay, okay, okay. Oh, Alter, Rage Mode. Okay, okay, okay. Ein bisschen was muss ich... Ne, ist alles frei. Go. Ding, 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 ding. Ah, und Agajan möchte hier grad ruhen irgendwie. Oh, ja, ja, der ist ja grad richtig an der Base dran. Der andere ist jetzt noch ganz oben, ne? Der andere ist hier, ganz oben und einer ist hier rechts noch in der Base. Ja, ich habe einen Platz gemacht, nämlich Agar John, der war ja gerade am rüberlurken. Okay, bei Blau ist noch einer, bei Blau ist noch einer. Lurken, okay. Lurken, ja. Lurking on the floor. Okay, dass der andere jetzt ganz da oben ist, ist natürlich nicht so geil. Das heißt, wir müssen uns jetzt leider Gottes einfach zu ihm hinbauen. Na gut, pass auf, den anderen können wir hier einfach so wegholen, alles gut. Aber es ist mehr so Indiana Jones 4, wegen Himmel und Alien und sowas. Ich baue mich jetzt einfach mal hoch. Okay. Weg ist er. Da ist er weg. Da ist er weg. Da geht er down. Da geht er down. Ich denke mal, der Typ hat sich keinen Bogen mehr holen können. Soll ich den Bogen mitgeben? Was? Bergy, willst du den Bogen mitnehmen? Ich habe einen Bogen gemacht. Ich bin runtergefallen. Okay. Wieso bist du runtergefallen? Na, da wollte ich zu viel. Ist das der, der sich gerade hoch baut, der Rote? Ne, das bin ich. Ne, der andere ist schon ganz oben, ne? Alter, was ist das denn? Der baut sich nach rechts, Bergy. Der baut sich nach hinten von dir. Das ist jetzt aber schon eine böse Nummer irgendwo. Ja, das ist echt crap. Wie Indy jetzt sagen würde, wenn bei mir die Peitsche klingelt, kleiner böser Hochbauschlingel. Genau. So ist es mit Indy, ey. Das stimmt, der typische Spruch hast du ja recht. Ja, das ist ganz klar. Den kennt man ja aus jedem Indy-Film, der wird mindestens einmal gebracht. Indy-Anna-Jones, daher kennt man den, glaube ich, ne? Das ist ein wirklich toller Streifen, aber den sollte man dann wirklich nur am 18 anschauen. Da werden Dinge mit dem Kristallschädel in der Bundeslade gemacht, das glaubst du gar nicht, du. Ey, das ist doch so, das ist schon wieder so, Mann, Kollege, das ist echt, das ist einfach nur, jetzt die Zeit hinaus zögern. Da kommt er nicht mehr rüber, er kann das Bett nicht abbauen, gar nichts. Das ist wirklich, hat mit Taktik auch nichts mehr zu tun, überhaupt nichts. Das hat mit Hip-Hop nichts zu tun. Das hat mit Taktik nichts zu tun. Das hat mit Taktik nichts zu tun. Sehr geil. So, jetzt komm her. Oh, wir schießen da runter. Also, baut ihr euch jetzt, also sehe ich das richtig, dass ihr euch da grad so ein Hochbaubattle liefert? Ja. Dengar, die spielen Dengar. Das ist auch mal ein extravagantes Ende. Ja, das ist vor allem echt kacke. Ey, wo will der denn noch hin? Ja, er will einfach komplett die Zeit irgendwie... Komm, alle hoch da. Komm, es nützt nix. Alle hinterher jetzt. Alle, und dann mit dem Bogen irgendwie den da runterhauen. Ich hab nix, ich hab nix, außer Blöcke. Ich hab auch nix, ich hab nix, außer Blöcke. Ich hab auch nix, zum Glück. So, jetzt, von hier könnte ich ihn eventuell erwischen. Hier, Kilos, ein kriegst du, einen für dich. 1992 war ich der Hochbaumeister. Hofbräumeister bestimmt, ja. Der Hochbaumeister auch. In allen nicht anerkannenden amerikanischen Bundesstaaten. Ja. Oh, ich hätt gern Optifine wieder, sag ich ganz ehrlich. Warum hast du's denn nicht drauf? Ja, weil ich das letztens für den Stream gestern irgendwie ausgeschaltet hab. Ich weiß nicht mehr genau warum. Warum hast du's nicht drauf, frag ich dich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Oh, er fährt runter, er fährt runter. Jawoll. Okay, mach ich dasselbe. Wuhu. Wuhu. Ja, GG. Kann ich nicht schreiben. Sag mal, war okay. So, Leute. Wenn's euch gefallen hat, wir haben die Challenge trotzdem geschafft. So ein Bett freigelegt, das andere mit der Gravitationsbombe. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ne, Indiana Jones Like. Jetzt bringen wir das Ganze ins Museum. Ähm, wenn ihr bei der Museumsübergabe helfen wollt, dann lasst doch ein Like da. Und schaut auf jeden Fall auch bei, äh, dem lieben Delay und dem lieben Sgt. Max und dem lieben Kedos vorbei. Denn da gibt's auch immer tolle Mini-Kraft-Videos. Und wenn ihr eine coole Challenge habt, dann schreibt die jetzt auch in die Kommentare. Und wenn ihr eine coole Challenge seht in den Kommentaren, dann gebt dieser Challenge einen Daumen hoch. Denn die Challenges, die ganz nach oben gevotet sind, die nehm ich dann auch meistens. So. Vielen Dank an euch vier, beziehungsweise respektive fünf, äh, Agajon. Und, ähm. Jo. Jo. Kommt noch so ein Jo's, ey. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Bergmann. Tschüss. Tschüss.